Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Belgik-Pofonte. Heute am Samstag, heute die letzte Folge für den Samstag bereits, also es sind bereits zwei Folgen gekommen. Wer ihn noch nie gesehen hat, soll jetzt hier ganz schnell auf Pause drücken und dann die anderen zwei zuerst angucken und dann diese. Weil das natürlich alles vorlaufen ist, was wir hier machen. Ähm, es wird so sein, dass das für heute die letzte Folge an diesem Tag ist, wie im Spiel, wie auch real. Das heißt, ähm, wenn die morgige Folge um 8 Uhr wird, dann am nächsten Tag bereits spielen, weil wir haben 20 Uhr, äh, ne? Also ingame jetzt 20 Uhr 12 und deswegen werden wir jetzt hier noch ein bisschen machen, so 15 Minuten circa. Und dann werden wir, weiß nicht, einen Tag vorspulen, sodass am Sonntagmorgen wir uns auch hier im ingame am nächsten Tag morgen sehen. So, was macht da jetzt der Wahnsinn-Dicke mit der Gabel? Er fährt jetzt mal rum und holt die Kiste ab. Weil das muss natürlich auch gemacht werden. Sehr gut, hat er automatisch genommen. Sehr, sehr schön. So, warum da jetzt immer noch 100% von der Wolle angezeigt wird, ich weiß nicht. Wir haben das vorher gemacht. Ähm, im vorigen Video wurde das bereits erledigt. Aber irgendwie, tja, ne? Mal, ob er die Kiste haben möchte oder nicht, sonst stellen wir sie hier hinten hin. Er möchte sie nicht haben, okay. Dann lassen wir sie hier stehen, ist auch kein Problem. Hier steht ja schon eine. So. Nein, 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 nicht so nervös wackeln hier. Okay, dann können wir, können wir jetzt erstmal, ich weiß, wir haben so viel zu tun, ne? Wir haben so viel zu tun und eigentlich schon zwei Folgen gemacht, aber irgendwie nicht weitergekommen. Äh, ja, schon weitergekommen, aber zu wenig, zu wenig weitergekommen. Die stellen wir hier ab. Ab. Weil, natürlich, ähm, kann er nicht jetzt hier mal lassen, ne? Weil, ich habe ja jetzt einen mit Schaufel. Dann können wir den hier eigentlich stehen lassen. So. Lass mal gucken. Hier müssen wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Hier auch nicht. Die wollen nichts von uns. Genau. Hier müsste man noch jetzt einen, äh, Aufsatz holen, der an der, am Händler bereits steht. Schon seit mehreren Folgen. Äh, für den Mist. Weil wir wollen ja auch ein bisschen Mist streuen. So. Ist hoffentlich leer jetzt, ne? Jo. Fahren wir so mit dem Grundgerüst. Und nehmen dann den Miststreuer. Und ich weiß nicht, ob wir das diese Folge schaffen, jetzt ein bisschen Mist zu streuen, aber es gibt noch Sachen, die ich jetzt erstmal auch machen muss. Wie zum Beispiel, äh, ich möchte hier die Wiese fertig ansehen, damit die Sehmaschinen weiterlaufen können. Was schon relativ, äh, geil wäre. Milch haben wir auch schon wieder einiges. Der Milchtransporter, ja, den müssen wir auch jetzt erstmal. Ähm. Ich glaube, ich wurde die Miete automatisch verlängert, weil ich ihn nicht zurückgegeben habe. So habe ich das irgendwie verstanden. Alter, der viele Knöpfe fürs Licht oben. Okay. So, wir ist hier rein. So. Dann haben wir hier hoffentlich den Aufsatz noch. Jo, hier ist er. Sehr gut. Gucken wir gleich mal, dass wir da richtig reinfangen können. Passt, oder? Passt. Fahren wir nach Hause. Aufsatz haben wir schon mal, ob wir den jetzt sofort verwenden oder später in Zukunft, oder später, äh, ja. Gucken wir mal. So, es wird abends, ne, 20.15 Uhr, machen wir mal ein bisschen Licht an. Nur ein bisschen. Einfache Beleuchtung reicht uns. So. Also, wie gesagt, es läuft ja nicht bis jetzt ganz gut. Äh. Könnte natürlich noch jetzt mehr passieren, aber... Uah, junge Lady. Ich muss natürlich alles machen. Und da gehören auch Aufgaben zu, wie, äh, die erste Folge haben wir fast nur Rüben angesätigt, äh, abgeerntet. Ah, Kartoffeln waren das. Oh, das frisst natürlich schon Zeit. Das frisst schon Zeit. Naja, wir werden jetzt aber, glaube ich, zuerst ansehen, weil ich musste das Ansehen abschließen, damit wir zum nächsten Feldern kommen, weil sonst haben wir echt ein Problem. So, fahr raus jetzt hier. Hans-Gustav. So. So. Gut, den werden wir jetzt, äh, hier oben hinstellen, weil... Ah, nee, wir werden zuerst den bei der Mastbetriebe, den Mist abholen, weil es ist natürlich so, dass ich hier noch ein bisschen Mist, äh, laden muss, in späterer Reihenfolge. Äh, Mist laden und auf Milch laden und deswegen stellen wir den hier hin und nicht auf die andere Seite. So. Ich hoffe, das war verständlich. So, das ist jetzt eben das Geile an dem, ähm, Holmer. Du kannst ihn fast im Stand, fast im Stand kannst du den wenden. Denn, ihr seht, das hier ist wirklich sehr, sehr wendig. So, das reicht eigentlich schon, glaube ich. So, lassen wir hier stehen. Und dann kommen wir da wieder drauf zurück, wenn wir Zeit haben. Ähm, das hier läuft auch, wie ich sehe... Genau, was war denn hier? Hier war auch irgendwas. Hier müssen wir noch ein paar Kartoffeln reinhauen. Aber auch kein Problem, haben wir ja die ganzen Maschinen hier. Zack. So, Kartoffeln müssen wir aus unserem Kartoffellager holen, natürlich. Ähm, und die... Die Kiste hinten von den gewaschenen Kartoffeln, die muss dann auch weg. Die muss in die Abfüllanlage, damit die dann gekocht werden können, in weiterer Folge. Zack. Also mit dem Joystick ist das schon viel, viel angenehmer. Ich kann es nur wiederholen. Ich weiß, die meisten sagen, hey, das hat jetzt 15 Mal gesagt, das ist immer genug. Ja, aber es ist die Wahrheit, es tut mir wirklich leid. Es ist wirklich die Wahrheit. Sonst würde ich euch das nicht erzählen. So, siehst du, da kannst du hier schön nach oben gucken. Hier siehst du gar nichts, weil hier Dach ist. Äh, ist egal. Fahr einfach mal ein Stück zurück. Und noch mal ein Stückchen ran. Weil ich glaube, dass es dann in Ordnung ist. So. Immerhin damit. Immerhin damit. Wasser wird, glaube ich, fehlen. Müssen wir gleich mal gucken. Also, da sollen wir noch eine Schippe, weil eine Schippe ist, eine Schippe ist ja fast gar nichts, ne? So, die sollte dann auch gleich mal anfangen zu waschen, diese Anlage. Dafür ist sie schließlich da. Und in den Rüben-Schnitzel-Gedöns müssen wir natürlich auch noch was reinfüllen. Ah. Viele Dach haben auch gesagt, ich soll es in den Hänger einfüllen und dann umladen. Aber ganz ehrlich, solche Arbeiten macht man nicht mit dem Hänger. Solche Arbeiten macht man nicht nur mit dem Frontlader oder mit dem Radlader meinetwegen. Oder auch wie wir hier mit dem Teleskop laden. Aber sonst... Oder mit dem Stapler machen wir es auch viel. Ja, habe ich auch schon gesehen. Aber ansonsten macht man das eigentlich schon so, wie wir das hier machen. So ungefähr zumindest, ne? So, da geht noch eine Schippe rein. So, die Maschine wäscht. Gucken wir mal. So, passt. Gut, gut, gut. So. Können wir hier mal noch eine Schippe nehmen. Und dann haben wir erstmal wieder nachgefüllt. Wie gesagt, die Rübenschnitte müssen wir auch noch machen. Das heißt, die Maschinen werden vielleicht, hoffentlich, die ganze Nacht laufen. Ich hoffe es zumindest. Sicher bin ich mir nicht. Aber es bewegt sich zumindest wieder mal was am Hof. Gibt noch eine Schippe rein. Alter Schwede. Aber ich bin der Meinung, dass es schneller funktioniert mit dem Lenkrad. Oder mit dem, mit dem, mit diesem Package, sage ich jetzt mal. Das funktioniert wirklich schneller. Ist ja natürlich genau darauf ausgelegt. Das weiß ich ja natürlich. Aber glaube ich, man kann das trotzdem erwähnen, dass es, glaube ich, meines Erachtens, schneller funktioniert. So. Zielergerät haben wir auch schon ewig nicht mehr verwendet, ne? Jetzt steige ich aber ganz kurz aus, ne? Weil ich möchte jetzt schon wissen, dass ich da reinknall und reinknall und reinknall und derweil ist voll. Kartoffeln. Ne, guck mal an, da geht schon einiges rein. Da sind jetzt 50% drin. Nicht mal. Das heißt, ist schon, äh, geht schon was ordentlich, ganz ordentlich was rein. So, dann holen wir gleich noch eine. Dann haben wir fünf Schaufeln reingeschmissen, glaube ich. Und das sollte erst mal reichen. Dann den Rübenschüssel müssen wir auch füttern. Äh, ja. Also ihr seht, ihr seht, ihr seht, es ist sehr, sehr viel zu tun. Kann auch sein, dass die Folge... Wow, das war Fail. Das war ja sowas von Fail, ne? Kann auch sein, dass die Folge heute länger wird. Ihr wisst es schon, ich weiß es noch nicht, weil... Ihr habt natürlich unten jetzt, wenn ihr mit der Maus weiter runterfährt, habt ihr natürlich die Möglichkeit... Äh, über diesen Zeitbalken zu gucken, wie weit das Video fortgeschritten ist. Und dann seht ihr natürlich auch, wir sind jetzt bei Minute 10 ungefähr. Und... Dann seht ihr natürlich auch 10 von 20, 10 von 30. Ich weiß noch nicht, wie lange ich es mache. Mal gucken. So. Jetzt kommen die Rüben. Die bösen, bösen Rüben. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir einen... Was ist das für ein Wagen? Ich glaube, das ist ein ganz normaler Wagen eigentlich. Aber... Äh... Dass ich diesen Rübenschnitzelzeug, ne? Dass ich das in den Wagen laden lasse und das mit dem Wagen abgebe. Weil es ist mir... Weiß ich nicht. Ist mir irgendwie sympathischer, würde ich fast sagen. Ich würde sympathischer nennen. Ja, auf alle Fälle. Wir gucken dann gleich mal rein, was wir denn für Wagen haben. Äh... Optimal wäre natürlich so eine Art Agro-Liner, aber in einer normalen Ausführung. Das heißt, in einer... Ne... Der hier zum Beispiel, so ein Brandner, der wäre schon wieder optimal für sowas. Sonst haben wir... Oh ne... Der wird auch gehen, der Fortuna, natürlich. Sowas möchte ich jetzt nicht haben unbedingt. Äh... Sowas wird auch gehen. Ich weiß nicht, ob der das aufnehmen kann. Schwierig, schwierig. Der kann das, glaube ich, nicht. Der kann das auch nicht. Und somit ist fertig Feierabend. Äh... Ich glaube, es wird bei sowas bleiben. Der kann sehr viel laden. Also wirklich sehr viel. Ich kaufe jetzt einfach mal so ein. In einer wunderschönen Farbe, nämlich so, ja, so wie es jetzt ist. Äh... Wir werden das testen. Wir werden das wirklich testen. Ich lasse ihn jetzt zurücksetzen. Mach ich normal nicht. Ihr wisst es. Mach ich normalerweise überhaupt nicht. Ähm... Aber trotzdem möchte ich das jetzt dann... Sieht ein bisschen kommunal aus, ne? Ein bisschen so... Wie von so einer Meisterei. Straßnahmeisterei. Ähm... So, wir werden das jetzt gleich testen. Dass er funktioniert. Hier haben wir gesagt, waren wir fast ein bisschen zu tief, ne? Ah ja, ja, ja. Wir wollten hier eine Rampe mit reinnehmen. Genau, hier wollten wir eine Rampe haben. Ich habe es vergessen. Ich schreibe es mir jetzt auf, versprochen. Unbedingt eine Rampe mit reinnehmen. Oder eben auch mit dem Teleskopladen machen. Wäre ja auch eine Alternative, ne? So. Dann gucken wir mal, ob wir das hier... Laden können. Oh, das ist aber ein ganz anderer... Ein ganz anderer, äh, ne? Wir gucken jetzt einfach mal. Wahrscheinlich würde es nicht funktionieren bei meinem Glück. Ähm... Aber vielleicht wird es auch durch... durch den neuen Multifruit-Gedöns... Äh... Passt das auch? Ich möchte es nicht verleugnen, aber... Ich glaube nicht, dass es passt. So, wir gucken jetzt ganz, ganz genau hin. So, ich will diese Ansicht hier haben. Ich weiß, warum. Er nimmt es. Er nimmt es. Sehr schön. Gut, ihr wisst, was das heißt. Äh... Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, der Hänger wird jetzt, äh... Ja... Da wird jetzt erstmal reingeschmissen, was reingeht. Oder was da ist. Und dann wird der Hänger unter dieses, äh... Ne? Unter diesen... Abfüllarm... Ist das ein Abfüllarm? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was man das nennt. Aber da kommt schon wieder ein Zeug raus. Ei, 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 ei. Ich hoffe, der Hänger hat hier Platz. Das habe ich gar nicht abgemessen, ne? Ah! Weil, ich glaube, wir können den Hänger ja dann zeitlich abkippen. Er ist leer schon wieder. Der ist ja Wahnsinn, was hier Zeug reingeht. So. Das hier rein. Genau. Mischbehälter. Was? Kompost mis... Was? Nochmal. Nochmal. Was? Kompost. Ist hinterm Haus. Kompost. Da ist doch Kompost gestanden, ne? Wir gucken. Wir gucken. Da ist doch Kompost gestanden. Bin doch nicht doof. So. Lass mal gucken hier. Ah, da hat er... Genau. Da hat er Rene gesagt. Sollte ein Hänger drunter stellen, glaube ich. Irgendwas hat er da geschrieben. Ah! Was passiert hier? Okay. Dann laden wir uns einfach mal in die Schaufel, würde ich sagen. Ah! Kann man auch machen, oder? War jetzt so nicht geplant, aber... Puh! Nehmen wir Zeit. Bleiben wir hier stehen und warten, bis es voll ist. Kann man hier ein bisschen aufkippen? Ne. So. Schick... Ne, ich schick hin vor. So. Wir bleiben hier so stehen. Handbremse ein. Da gucken wir einfach mal. Ah, da gehört ein Hänger drunter. Genau. Da hat er auch was gesagt. Verdammt, der Axe. Ich vergesse aber so viel momentan. Ah! Ah! Es sind 5.000, ne? Wahnsinn! Beziehungsweise... Da muss ich auch dazu sagen, da wollte ich auch was kaufen, ne? Ich hatte mir ja vorgestellt, dass wir hier eine kleine Mulde kaufen, ne? Weil die für sowas eigentlich gedacht ist, bin ich zumindest der Meinung. Sowas hier. Da gibt es 15% drauf. Und ich hoffe, dass die das nimmt. Wenn es jetzt nicht funktionieren würde, ne? Würde. Wir können das aber testen, weil... Das hat die gleichen, äh... Fruchtarten. Wir können das testen. Wir testen das jetzt sofort. Weil das muss so sein. Wir testen das jetzt sofortos Moximus. Weil sonst können wir den Codeine, den wir haben, äh... Dafür verwenden. So. Wir machen das jetzt ganz kurz aus. Ich habe irgendwo noch ein Deutschding, glaube ich. Ja, da ist er ja auch. Oh, da ist er ja auch, ne? Ich weiß zwar, dass, ähm... So. Alter, hier... Hört sich schon geil an, wenn hier so einiges läuft, ne? Dann weißt du es direkt... Okay. 20.55 Uhr. Hier ist was los. So. Jetzt werden wir das einfach so testen, dass wir jetzt sagen... Okay. Mal weg, das Ding. Hopp. Dann gucken wir mal, ob wir das hier reinschütteln können. Das wäre jetzt ja nicht das Ziel. Weil da hängen ja sowieso mehr oder weniger wenig in Gebrauch. Wenig. Ich habe nicht gesagt, gar nicht, aber wenig. Ähm... Da könnte man den... Für meine Verhältnisse doch für den Kompost verwenden. So, lass mal gucken. Ja, er nimmt es, oder? Jo. Sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben heute schon wirklich sehr, sehr viel geleistet wieder, ne? Jetzt wäre die andere Frage, ob ich hier vorne rumkomme. Weil dann würde ich gleich den Kompost, den wir haben, äh... Hier reinkippen. Das heißt, ich möchte hier einmal... Ah, es geht sich aus. Wir wollen das jetzt aber so machen. So, hier rein. So. Boah, es war knapp. Boah. Ja, es war nicht knapp, weil das war... Bam. Hier haben wir nämlich noch Kompost, ne? Ach, deswegen. Hier steht noch was. Ach, ich habe keinen Platz. Ich habe einen zu kleinen Hof. René, wir brauchen einen größeren Hof. Wo ist denn die Gabel hin? Verdammt nochmal. Ach Gott, hier steht dann nebenan. So. Ich glaube, das reicht. Äh, der hier. Passt. Alter Schwede, hier ist was los. So. Jetzt. Äh, dicken runter das Ding. Und dann wird hier mal erstmal... Ah, aufgeladen. Weil da können wir nämlich diesen Container ganz getrost hinten reinstellen. Äh, ja. Dann passt das auch. Zack. Immer wieder mit. So. Und da runter. Und so. Genau. Ja, langsam wird's. Langsam wird's. Oh. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass der Hanomark... Ist... Ja. Möchte ich sagen, jetzt ein schlechter Einschlag. Aber auf alle Fälle keinen guten Einschlag hat. Mit dieser Knick, äh... Ne? Alter, schön wieder voll. Ne. Nicht ganz. Ähm. Aber auf alle Fälle ausreichend, damit wir hier mal ein bisschen, äh... das Zeug reinballern können. So. Gut. Äh, weil wir gerade dabei sind, ne? Wir können das jetzt, was vorne liegt... Können wir das... Ne, wir lassen das jetzt einfach stehen. So. Lassen wir gut sein hier. Dann, äh... Hier rein. Hier sind jetzt 33% drin. Guck an. Guck an. Guck an. So, ne? Ich wollte nicht noch Wasser verteilen heute, aber ich hab... Ihr seht es selber. Ich hab's wieder nicht geschafft. Aber dafür haben wir jetzt ne Kompott... Komp... Ne Kompottlösung. Ja. Alles klar. Ne Kompostlösung gefunden. Was ich finde auch sehr, sehr geil. Ich hoffe nur, dass der von der Höhe her hier reinpasst. Weil sonst... Komme ich gleich im Kreislaufzusammenbruch. So. Äh... Oh ja, ich weiß die Taste sogar noch. Dann, gucken wir mal. Ne. 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 Beides nicht? Teste gerade die Knöpfe jetzt aus. Das war das hier. Das war... Ah, Licht. Okay. Geil. Okay. Ähm... Da müssen wir das, glaube ich, über... Über so hier machen, oder? Das ist ja cool. Hallo? Gehst du jetzt runter? Ach so, ich habe die falsche... Äh... Button 5. Wapp. Was ist denn jetzt schon wieder? Rübenleer. Ach, du hast auch Probleme, ne? Du hast ja auch Probleme. Ach, jetzt guck mal, wie wir hier... Ah. Das kann man erzählen, was hier los ist. Da gab es nicht jeder am Kopf. So, wir müssen das nämlich ein bisschen... Äh, ich darf nicht so nah... Nicht so steil zum... Zu diesen Auswurfrohr stellen. Ich glaube, so ist besser, ne? Ja, da geht die... Das ist schon rein. Gut. Das wäre eigentlich das Prinzip eines Containers. Abstellen und wenn du füllen bist, wieder abholen. So. Hab ich gehört. Ja gut, ganz gut was rein, ne? Ach komm, wir lassen das jetzt so. Gut, wir sind wieder fertig für heute. Weil ich muss das Ding noch schneiden und hochladen, sonst wird das wieder nix. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns morgen früh wieder zu einer weiteren Folge. Welch ich befinde, um 8, ne? Wie gewohnt. Also, morgen früh aufstehen, die Folge gucken. Ja, habt noch einen schönen Samstag. Bis morgen, macht's gut. Ciao.